Das Friedrich-Meinecke-Institut ist ein Institut für Geschichtswissenschaft an der Freien Universität Berlin, das die Erforschung der Geschichte in ihrer ganzen Breite zum Ziel hat Profil. Im Herbst 1951 wurde das damalige Seminar für mittelalterliche und neuere Geschichte nach Friedrich-Meinecke umbenannt. Es hat seine Lehr- und Forschungsschwerpunkte in den Bereichen Geschichts- und Kulturwissenschaften. Heute ist es in einem größeren Büro- und Bibliotheksgebäude in der Kosa Straße 20 in Berlin-Dahlen-Stadtbezirk Steglitz-Zehlendorf untergebracht. Geschäftsführender Direktor ist Ernst Baltrusch, Stellvertreter ist Paul Nolte. Studiengänge, Bachelor of Arts in Geschichte, Master of Arts in Geschichte. Seit dem Wintersemester 2008-09 bietet das FMI in Kooperation mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung den Masterstudiengang Public History an. Ab dem Wintersemester 2012-13 bietet das FMI den Masterstudiengang Global History an. Bekannte Dozenten Dann